Jede Armee braucht Krieger, deren Spezialität der Sieg ist. Kensei, Schwertheilige, die Beschützer unseres Volkes. Jeder große Herrscher seit dem Untergang wurde als Schwertheiliger ausgebildet. Jeder Einzelne. Und wir waren eindrucksvoll. Unsere Rüstung ist die stärkste unseres Volkes. So wie unser Wille auch. Yo, yo, yo und damit willkommen zu For Honor, der Story. Springen wir euch rein, schauen was uns erwartet. Ich denke, Köpfe werden rollen heute mal wieder. Neuer Charakter von den Samurais. Gucken wir, wie die alle ist. Ich war die letzte Daimyo, die in Myra freigelassen wurde. Fröhliche Jagd. Fröhliche Jagd? Apollion dachte, wir würden uns bekämpfen, um die Macht des Kaisers an uns zu reißen. Sie hatte recht. Jeder Daimyo, der ihre Prüfung bestand, war ein Kriegsverbrecher. Wir würden unser Volk zerreißen. Oder ich würde dem ein Ende setzen, bevor es überhaupt beginnen konnte. Was bin ich nicht? Das könnte sogar sein. Wo steckt ihr denn? Nimm das, Junge. Boah, der ist aber ein langsamer Angriff. Das wird so nix. So, los. Gleich wieder drauf. Guck mal, was läuft denn jetzt weg? Ja, ich sehe den Feind. So, nicht. Nimm den. Nein, doch nicht. Dann nimm den. Wäre ein bisschen klein, hätte man voll ins Arschloch geschossen. gestochen. Was hat er denn? Ranjava Frömmen. Doch Frömmigkeit. Entschuldigt keine Verbrechen. Ihr wartet diesen Org so entehren. Ihr versteckt euch hinter eurem Glauben. Ihr habt eure Ahnen entehrt. Boah, schöne Enge. In der Enge treiben. Der Kaiser hatte recht, was euch betrifft. So, nimm das. Oh, ins Gesicht gestochen. Komm, von der Seite. Oh, ihr wagt es mich herauszufordern. Ja. Weg. Tschüss. Dafür mache ich das jetzt kaputt. Hier. Mit einmal. So, nächster Punkt. Gucken, wer hier Hayo Pali da auf uns wartet. Wo hat der Polly an euch abgesetzt? Oh, was ist das? Oh. 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 Ah, okay. Ah, komm, noch einmal. Sehr schön. Yes. So, oh. Noch so ein Spock, oh. Mist, den will ich mal treffen. Oh, sehr nice. Hau ab, Junge. Hier spreche ich nicht. Ich halte meine Augen drauf. Kisan war gierig. Er würde dem Volk mehr abnehmen, als es geben konnte. Ich kenne euch. Wo ab. Keine Zeit für euch. Blödmänner. Oh. Oh. Juhu. Was geht? Wie willst du jetzt von mir? Ja. Das kann ich leider nicht. Ah, bleib ruhig, benimm dich. Was ist das denn hier? Erzähl deinem Anführer von deiner Weichheit. Was ist das? Oh, ich bin gleich weg. Ah, die hat aber Power, ey. So, nehmen wir erstmal die weg. Ja, jetzt bist du dran. Was? Oh, jetzt bin ich weg. Nee, nur nicht ganz. Ach, shit. Was, alter, voll die fette Kopfnuss. Warum ist der schneller als ich? Kann doch gar nicht sein. Ihr wollt, was ich habe. Komm doch. Komm. Das war zu offensichtlich, glaube ich, oder? Komm doch. Komm doch, komm doch. Komm doch. Komm doch. Komm hier rein, Junge. Sag, komm hier rein. Schön weggerollt. Kann ich das wieder aufheben? Der war gut. Gut, den haben wir raus. Das ist noch nicht so. Ich wollte doch gar nicht fliegen. Ja, wo kommt die alte denn jetzt her? Bennehm. Bennehm. Bennehm dich, Junge. Das ist so ein bisschen unfair. hier gerade die hier die mag ich nicht in mein gesicht die blöde radik hier mit uns machen wo versteckt ihr euch super junge der mut gefällt mir sehr sehr gut noch irgendwas nice was ich einsammeln er musste nie um etwas kämpfen er hat nie mitgefühl gelernt was junge was spielen wir denn hier deine bogus können doch wenigen sich umdrehen kenne ich das ist natürlich jetzt mal richtig scheiße gelaufen versuch noch mal feige hühner sind das mit feiern auf mich schießen muss jetzt die ganze weg noch mal laufen warum das ist ja du die ganze kann sich noch ein bisschen schneller laufen diesmal fange ich ihn ab das war kein problem jetzt oder ich hatte es geschafft abholi und will doch nur dass wir uns gegenseitig zerfleischen nicht mit mir wir werden in ein neues zeitalter gedrängt abholi und will doch auch nicht abholi und will doch auch nicht abholi und will doch auch nicht Apollon würde bereuen, mich verschont zu haben. Aber bis dahin ist noch, denke ich mal, ein etwas weiterer Weg. Ich hatte damit gerechnet, dass der Bürgerkrieg der Samurai Jahre andauern würde, nicht Tage. Nichts kann Gegner verbünden wie ein gemeinsamer Feind. Die Wikinger hatten nicht die Zeit, Müre mit ihrer Beute zu verlassen. Diese Orochi, Ayu und ihre neuen Verbündeten machten sich auf den Weg, sie aufzuhalten. Ja, das machen wir natürlich. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Tschüss! Und dann, bis zum nächsten Mal und Tschüss!